Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tymesia. Wir müssen wieder den ganzen Weg zurück gehen, weil ich einen Schlüssel gefunden habe, der uns, glaube ich, ziemlich an den Anfang vom Level zurück befördert. Oh boy, oh shit, ja warte mal, ähm, erledigen wir den jetzt zuerst, ne? Machen wir so. Kürzen, kurzen. Weg da. Ja, nehm ich den Appel. Er wird. Und du auch. Super. Next. So, wir fangen gar nicht erst mit so Schwachsinn an. Komm. Dich töte nur, bevor dein Freund da zuschlagen kann. Oh, siehste. Ey. Komm mal her. Äh, äh, äh. Na komm. Sehr gut. Ich töte die einfach alle hier nochmal, weil, ähm, gibt der schließlich, ähm, Souls. Beziehungsweise, Soul Shards. Und ich bin ja, so was ausschaut, eh kurz wieder, also kurz, äh, in Bälde hätte ich wieder ein Level Up zur Verfügung. Und, das will ich mir doch nicht entgehen lassen. Sag mal, lass dich mal in Ruhe hier. Guck mal. Sehr schön. Dann können wir ja jetzt zurückgehen. Was ich ab und zu bisschen huste. Entschuldigung, ich hab den Bruder Corona. Ja, hab mich nach zweieinhalb Jahren erwischt. Ist scheiße, aber ist so. Was willst du machen? Hier ist nichts, stimmt. Hier unten ist einer. Oh boy. Mach den mal weg da bitte. Danke. So, aber geht's noch? Ah, ah, ah. Kann ich hier durch? Ja. Hier geht. Ach, ist es hässlich hier. Naja. Hallo, mein Freund. Na? Come on. Oh, Alter, was ist das? Sheesh. Oh nein, so einer wieder. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Naja, komm. Oh boy. Direkt mal 120er gefressen. Na, komm. Ey. Ey. Hoppala. Sag mal, geht's noch? Hier, wie ist das? Oh, jetzt haben wir noch den anderen angelockt. Ja, super. Ach, ey. Ach, jene, ey. Ja, also das ist jetzt denkbar unangenehm, ne? Machen wir das mal so. Ach, scheiße, ey. So, nimm den blöden Trank. Nein, da hat er mir erwischt, der blöde Wichser. Ach Gott, ach Gott. Hier, lass mich mal in Ruhe hier. Hier, Mann. Okay, er hat nichts gebracht, aber jetzt hab ich ihn. So, dann ist er sehr gut. Na, komm. Zack, zack, zack. Oh, hoppala. Na, komm. Uh boy. Ja. Hab ich ihn jetzt bald? Ja, geht doch. Hier, Tränke hab ich gebraucht für den Bruder. Alchemy Enhancer. Ja, thank fuck for that. Experienced Researcher's Notebook 3. Hoffentlich kommt so einer nicht mehr. Der war unangenehm. Also, der ist unangenehm. Collection of Memories. Item Limit reached. Uh. Okay. Okay. What? Pick it up. Der Bus macht... Oh Gott. Muss ich hier runter? Ja. Item Limit reach. Ja, aber was, 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 was bringt mir das denn? Bzw. Warum gibt's da ein Item Limit? Hä? Pure Blood Explo... What the hell? Warte mal. Items. Skill Shards. Ingredients. Urt Score. Mysterious Crystal. Vark Score. Fool's God Score. Mutated Odor Score. Jesus. Uh. Collection. Äh. Okay. I don't know. Hä? Item Limit reached. Kannst dich ja mal am Arsch lecken. Mit Item Limit reached. Sag mir jetzt nicht. Ich kann dann zum Beispiel auch keine Schlüssel mehr. Hoppala. Oh boy. Ey. Shit, ich hab nur noch zwei Tränke, ey. Shit. Okay. Samar. Komm jetzt, geh weben. Das können wir ja auch unterbrechen mit einer Feder, ne? Na, jetzt ist er wieder ein zweiter. Ich glaub's ja nicht, ey. Ja, perfekt. Ach, wen mach ich zuerst weg? Da, den hier? Ja, fick die Henne, ey. Ja, mitten in meiner Animation erwischt du mich, du. Und noch mal. In dem Moment, in dem ich aufgestanden bin. Ja, das... Ja, ist toll. Wirklich. Also... Na? Super. Echt nice. Gehen wir halt den ganzen Weg nochmal zurück. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Dass da nach dem Fahrstuhl kein so ein dummer Stuhl kam. Das ist auch komisch. Naja. Kein Problem. We go again. Ey. Na, komm. Oh shit, das ist wieder ein zweiter. Komm her, mein Freund. Wenn man sich freundlernen kann. So, delele. Dich töten wir noch schnell. Ja, 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 ja. Come on. Scheiße auf die HP. Die krieg ich eh alle zurück. Siehste. Zack, zack. Bumm. 70. Easy. Next. Please. Duda. Ey. Sag mal, geht's ja? Ah, ah, ah. Sag mal, was soll das? Was das soll? Hab ich gebracht. Ah. Du bist auch noch da. Komm. Wunderbare Sache. Guck mal, schon wieder ein Tausender eingesammelt. Klasse. Also, ich glaube, jetzt kann ich wenigstens fast bis zum anderen Kollegen da nach vorne laufen, weil, äh. Den anderen Gespenstertüten muss ich ja nicht nochmal töten. Und mit vollem HP gehe ich auch dahin. Äh, finde ich schön. Shield, äh. Nö, dümmste Skill-Shard gefühlt. Jetzt erwähnt doch nicht, was ich mit den Collection of Memories machen soll, die ich überschüssig habe. Naja. Item Limit Reached. Keine Ahnung, wie ich das, äh. Es ist ja hier nicht mal irgendwo. Das ist das Problem. Strategies, It... Das müsste ja bei den Items sein, aber... Ah ja, guck mal, Collection of Memories. 99. Ah, die kann ich alle benutzen, um Memory Shards zu bekommen. Wie viel denn? Ach, du Scheiße. Ja, super. Und das merke ich erst jetzt kurz vorm Ende des Spiels. Wie viel gibt es denn? Taus... Warte mal, 1897. Ein Hunderter. Alter. Ja, dann pick up die Scheiße hier. Lock den mal an, damit er mich einfach nicht nervt. So. Alter. Zu behindern? Das ist doch mal ein... Nein, jetzt hat er mich gesehen. Ja, toll. Kann ich den irgendwie zu mir locken? Geht das? Oder ist er jetzt ganz weg? Jetzt ist er ganz weg. Was ist denn hier? Ah, nichts. Auch gut. Ah, ne, guck mal, er kommt. Er ist auf dem Weg. Na, komm. Perfekt. Perfekt. Alter. Ja. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Nicht gut. Das ist doch gut. Ja, okay. Ah. Na, komm. Mach den. Das ist okay. Oh, wieder. Ah, geh ran da. Komm. Wunderbar. Ja, da haben wir ihn noch. Ja, super. Ähm, Junge. Key to the underground laboratory. Ja, super, super, super. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir sogar sehr. Na, komm. Oh, da, leh. Sea of Trees Researches Secret Letter. Ja, ich warte jetzt noch bis zum nächsten Stuhl, um da den ganzen Mist einzulösen. Da kriege ich ja richtig viel, ey. Warum habe ich nie in mein Inventar geguckt? Gute Frage, ne? Äh. Und jetzt? Äh. Wait a minute. Wo muss ich jetzt hin? Haha. Das ist eine gute Frage, ha? Ich meine... What? Gibt es hier irgendwo eine Tür? Die ich nicht gesehen habe. Ne. Was ist das hier? Ich meine, es ist ja ganz klar, dass es da noch irgendwo durchgeht, aber... Ah, hier ist ein Leiter. Okay. Got it. So, dann kann ich hier nach unten gehen, ha? So ist es. Ah, ich weiß, wo ich bin. Glaube ich. Ja, genau. Ich, äh... Ich weiß, wo ich bin. Aber die Frage ist jetzt, wo ist denn schon wieder dieses Underground Laboratory? War das nicht in diese Richtung? Glaube schon, oder? Ich glaube schon. Wir gehen erst mal zu unserem Stühlchen, ne? Hier. Also zuerst, ähm... Guck mal, General. Collection of Memories, Level 2. Kann ich natürlich auch benutzen. Wie viel gibt das? Warte mal. 13.700. Wahrscheinlich 1.000. Ne, 500. Okay. Also. Forgotten Feather brauchen wir nicht. Wait a minute. So, use. Gehen wir bis auf die 95. Da gibt's, äh, 9.500. Ist eigentlich fast ein ganzes Level ab, was ich mir hier angesammelt habe, ha? So. Bloodstained Dagger. To return to the last visited beacon and lose all memory shards. Nee, danke. Forgotten Feather can be used. Der, äh... Alchemy Enhancer. Für die Story haben wir... Kann ich da irgendwas benutzen? Nee. Skill Shards könnte ich einfach wegschmeißen. 24.000 Memory Shards habe ich. Das sind zwei Level Ups. Dann mache ich die Strength. Oh, ich kriege keine Talentpunkte mehr. What? Okay. Amount of Wounds bisschen höher oder... Mehr Leben und mehr Claw Damage. Nee, mehr Leben und bisschen mehr Amount of Wounds. Dann Plague Weapon. Kann ich hier das Blood Blade verbessern? Sogar zweimal. Okay. Und beim Potion kann ich hier für die Ingredients... Alchemist. Fully Upgraded Potion. Ja, Halleluja. Craft Potion. Ähm... Health Reco... Warte mal bitte. Nee. Energy. Nee, brauchen wir nicht. Toughness. Weniger Damage kriegen oder mehr Damage machen? Increases für 5% für 30 Sekunden. Bisschen Bersel. Bersel. So, jetzt kann ich hier noch irgendwas upgraden. Auch wenn ich das jetzt nicht zwingend brauche. I mean, ich mach's einfach. Für irgendwas muss ich den Scheißdreck ja benutzen. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt kann ich hier die... Ah! Recall completed. Hermes Answer, Formula reached. Sind wir fertig? Is this all that has happened? Jawohl. Perfekt. Und dann ist die nächste Sidequest dann in diesem Underground Laboratory. Zurück im Philosopher's Hill bei der komischen Dame. Are you ready to recall? Ja, bin ich. Royal Garden. Defeat Sound of the Abyss. Ein Bossfight gibt's als nächstes. Den gibt's allerdings morgen. In diesem Sinne bedanke ich mich beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.